Guten Abend von mir. Ich bin froh, dass wir hier heute die drei Punkte geholt haben. Es war ein sehr schweres Spiel gewesen. Krempfeld hat gerade im ersten Rennen unheimlich viel Druck aufgebaut, sich viele Chancen erarbeitet. Da hat uns der Torhüter immer wieder die Möglichkeit gegeben, im Spiel zu sein. Wir haben heute gerade in den Special Teams Überzahl die Tore zum richtigen Zeitpunkt machen können. Und ja, gerade hinten im letzten Drittel eine Unterzahl. Fünf gegen drei. Die lange Unterzahl-Situation konnten wir überstehen. Und das war dann vielleicht der Schlüssel für uns heute, dass wir die drei Punkte geholt haben. Sonst war es, glaube ich, auch von Krempfeld von beiden Seiten ein sehr intensiv gespieltes Spiel. Die Kleinigkeiten an der Bande, die Bandearbeit, die haben wir gerade am Anfang nicht erfolgreich für uns bestreiten können. Aber im Laufwerksspiel ist es auch da besser geworden. Wir hatten mehr Laufbereitschaft. Und dann denke ich, mit den Special Teams geht der Sieg dann auch für uns in Ordnung. Dankeschön. Vielen Dank. Danke, dass Sie uns wiedersehen. Danke schön. Grobben, Zusammel. Congratulations, Thomas. Ja, wir hatten Torhüter Schancen. Reimerhofen hatten zwei Übersal Torhüter. Das war die Unterscheid. Die Bandewirtschaft, Arbeit waren gut. The ice had a lump, obviously, and it hopped over the stick. But those are plays that you have to fight off. You have to make your luck. And I think tonight, again, I give the guys credit. They worked hard. Nothing went their way. You have to make it go your way, as I said. But we did a lot of good things. We had the five-on-three at the end. And we had two or three chances. They blocked shots. We shot the puck over top of the net. We made a couple passes. Maybe we shouldn't have. But it wasn't for lack of effort and lack of trying. I believe everyone worked hard tonight. And, again, for the fans, it's very disappointing. We just have to continue to work hard and try and make it better. So, again, congratulations. for Bremerhoff. And it was a good three points for them. And we're hoping that we have the support on Sunday against Ingolstadt. And we'll make sure that they're working hard again and try and continue to make things go our way. Thanks, Shin. Rik sagt, man muss es mal so gut erarbeiten. Obwohl sie doppelte Überzahl hatten, ging der Punkt nicht rein. Jeder hat hart gearbeitet. Ihm tut es für die Fans erneut leid. und er sagt, dass weiter hart gearbeitet wird für das Spiel am Sonntag gegen Ingolstadt.